Hallo liebe Bewohner, es ist Sonntag, 27 Oktober 2024, 18.34 Uhr hier auf Islnook. Hm, heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber ich habe mit meinen Eltern per Videochat gesprochen und es geht ihnen toll. Äh, du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Und damit hat die Drohne recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons, zu einer längeren Folge heute. Ich hab's euch ja versprochen. Zeitdruck ist wieder ein bisschen lockerer. So, da müsste man eine coole CD drin haben und ein Geschenk von Yoshino. 129.000 Punkte, ja, das schaffen wir noch. Wenn wir unten noch alles was einrichten, dann schaffen wir den Rest auch noch. Nee, aber ich kann nicht verkaufen. Geschenk, was ist das? Kabuki-Schirm. Damn, cool. Danke. Also den Schirm behalten wir auf jeden Fall mal, der ist Special. Oh, danke. Stopp, den Partner nicht, genau. So, weit. Einmal um die Insel rum. Alles hat schön Halloween-Feeling, das gefällt mir. Oh mein Gott. So, da ist nichts im Garten. Und da ist auch nichts. Und da ist auch nichts. Schön. Schön. Und da war. Findest dußerdem. scripture mein Gott wie ich. Oh mein Gott. Okay, kann man auch schon. So. Die können wir verkaufen, die Öljacke. Nook Shopping. Ne, nichts was wir brauchen. Dann können wir noch was einzahlen. Perfektion. Und weiter geht's. Ein bisschen Routine schadet bekanntlich nie. Ich muss auch noch sagen, ich mag unsere Insel da drüben. Freddy, ist das dein Ernst? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ich bin Loki auch ein bisschen froh, wenn Halloween vorbei ist. Wenn ihr ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das sind glaube ich rote Blumen. Das ist pretty nice. Wenn wir fünf haben, hören wir auf und dann machen wir nur mit denen weiter. Irgendwas freigeschaltet vom Gießen. Die Lounge war auch eingerichtet, da ist auch nie was rausgekommen. Die Lounge hätte man auch einfach abbeißen können. Corona nochmal zurück. Oh, das ist fast zu sehen. Oh, das ist cool. Perfektion. 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 ja die kopfe haben irgendwas größeres ich habe echt gehofft die hat irgendwas größeres erfüllt und damit nichts wie jetpack rüber auf unsere arbeit und jetzt wird noch eine runde gearbeitet ja 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 Das war's für heute. okay du schaust ein bisschen aus wie der bruder von jörn kevin alfredo mein feriendomizil familie silke oh ne eule da noch was danke fröhlich Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Den merkt man es mal mit den mysteriösen Fällen. Danke Sandrine. Danke dir. Bist du Weber? Ja. Du bist cool, aber... Wir holen den Affen mit den mysteriösen Fällen. Was will Alfredo denn haben? Nein. Daniel, ja, das passt gut. Quetzal im Hintergrund, Alter. Hinter den Augen ist irgendwie auch nichts. So, Club der mysteriösen Fälle. Das müssen Fälle wegen Wasser fallen. Entschuldigung. Fand ich witzig. Verschuldigung. 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 Wir können auch ein Haufen Nuk hernehmen. Das bringt aber erst mal gar nichts, weil ich eigentlich nur hier eine Pfanne machen will. Dann, dann. Dann sind wir noch nicht fertig. Dann, dann. Dann, dann. Dann, dann. So, 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 dann. Okay. Burt. Das ist so schön. Okay, weißer Sand. Ach, witzig. Sehr witzig, okay. Schade, das ist eigentlich cool, aber so ist natürlich zu groß. Ich bin schon noch gar nicht fertig draußen. Okay. 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 So viel zu geben, wie der Gaming-Stuhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wie cool. Ich kann sagen, was du willst. Pink, schon geil aus. Da muss man vielleicht doch mal anpassen. Okay. Na gut. Wir haben was gemacht. Hereinspaziert in die mysteriöse Bude. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Dann--" Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, aber noch nicht doppelt. Okay. Super. So, dann reinge ich mich für das Zuschauen. Sagt, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssi, Kowski. Tschüssi, Kowski.